Wir haben zu viel Kraft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Feuer Kickbox. Heute sind wir im wunderschönen Augsburg auf dem Trainingsgelände des FCA und haben natürlich auch einen Spieler vom FCA dabei. Jan Moravec, servus. Servus. Gut, dass du da bist. Hast du Bock auf eine Challenge gegen mich? Auf jeden Fall. Gut, also Jan hat Bock auf eine Challenge, ich hab Bock auf eine Challenge, ich hoffe, ihr habt Bock auf eine Challenge. Los geht's. So, Jan, du bist jetzt aufgewärmt. Hast du irgendwie einen Lieblings-Trick, den du uns zeigen kannst, der ich da noch versuchen kann nachzumachen? Hast du irgendwas im Repertoire? Können wir probieren, no? Können wir probieren? Ich werde dir versuchen nachzumachen. Zeig uns mal, was du drauf hast. Ich hab's nicht so hinbracht, Respekt an dich. Gute Leistung. Danke. Es geht jetzt weiter mit der Challenge. Wir machen Lattenschließen, wenn's okay für dich ist. Ganz okay. Fünf Versuche, 16 Meter Entfernung, der, der häufiger trifft, der hat die Challenge gewonnen. Ich würd sagen, wir starten. Los geht's zum Glück. Bisschen hoch noch. Ist doch noch Gegenwind, gell? Ja. Wir haben zu viel Kraft. Zweiter Versuch. War eng. Wir kommen näher. Jetzt da. Der war dran. Okay, jetzt da. Also 1-1. Schauen, wie's weitergeht. Jetzt da. Der ist gut. Oh. Ziemlich eng immer, ey. Schiss. Jawohl. Yes. Jetzt läuft's. So Leute, ihr habt's gesehen, die Challenge ging an mich. Ich hatte ein bisschen Glück, Jan Moravec. Dein Schuss war auch nicht schlecht, aber wir haben uns beide nicht mit Ruhm bekleckert, muss man sagen. Jetzt geht's weiter für dich. Kickboxschießen. Je früher du triffst, umso besser. Ich drück dir die Daumen, dass es besser läuft als beim Lattenschießen, Jan. Okay. 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 So Leute, das war's. Challenge hab ich gewonnen. Aber Jan, wenn du Lust hast, geb ich dir die Show aus an der Konsole nochmal hier in der Revanche gegen mich. Werst du da dabei? Gerne. Gerne. Okay, also Leute, wir zocken auf jeden Fall FIFA. Ich hoffe, ihr seid da auf jeden Fall dabei. Schreibt mir gerne. Einen Kommentar, welche Challenges ihr als nächstes sehen wollt. Daumen hoch, wäre auch echt cool. Abonnieren auch. Danke an Jan Moravec. Bis zum nächsten Mal. Ciao.